So Leute, lange nicht geknackt und es ist immens viel im Jackpot bei Bingo drin. 2,9 Millionen Euro. Und da habe ich mir als Musikproduzent gedacht, da lasse ich den Thörnau im Fernsehen nicht mit alleine. Ne, Michael Thörnau? Da lasse ich dich nicht mit alleine mit den 2,9 Millionen. Und deswegen habe ich mir zwei Bingo-Spielscheine geholt. Mein Lieber, ja, deswegen, ich weiß, weiß, irgendwo hinter Hopfingen oder in Iphofen oder da ist irgendwo dann eine Marie, die spielt dann und gewinnt. Nix da. Diesmal gewinne ich die 2,9 Millionen. Ich hoffe es jedenfalls. So hoch war der Jackpot, glaube ich, noch nie. Ihr könnt euch einfach diesen Schein holen. Zwei Scheine, ja, ich weiß nicht, wie viel Geld das jetzt war. Ist auch egal, wenn ihr gewinnt, dann habt ihr das sowieso raus. Ihr könnt auch kleinere Summen gewinnen. Ich glaube, das geht, oder? Ja, perfekt, das geht. Also, wie gesagt, Bingo, 2,9 Millionen. Ich freue mich auf den Gewinn.